Was ist Bioconavea? Bioconavea ist Europas erster ganzheitlicher Immunanalyse- und Nährstoffsystemanbieter, sowie Produzent und Entwickler patentierter Wirkstoffe mit dem Schwerpunktimmunsystem. Das menschliche Immunsystem ist in der Lage, so ziemlich alle krankheitsbedingten Defizite im menschlichen Organismus zu balancieren, wenn man ihm die richtige Unterstützung dazu bietet. Als Bioconavea haben wir uns die Aufgabe gemacht, diese wichtigen Instrumente dem Immunsystem zur Hand zu geben, damit der Körper den Rest von selbst erledigt. Es ist uns ein Bedürfnis, so vielen Menschen wie möglich zu einem starken Immunsystem und damit einhergehend zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Unser erprobtes Erfolgskonzept ist auf zwei Säulen aufgebaut. Säule 1, die Immunanalyse, wo alles rund ums Immunsystem analysiert wird, von Nährstoffe über Mikronährstoffe, Blutanalysen, H-Mineral-Schwermetall-Belastungsanalysen, sowie das Mikrobium und der Darm, bis hin zu Neurostresstests, wo wir auch Herzvariabilität des Stressorganismus im Menschen testen. Denn all diese Parameter im Körper ergeben die ganzheitliche Gesundheit eines Menschen, ist die Basis für jedes Wohlbefinden. Und mit Säule 2 balancieren wir festgestellte Defizite und gesundheitliche Mängel mit individuellen Therapien und hochwertigen patentierten Wirkstoffen wieder aus. Und genau deswegen steht BioCanovia für Ursachenforschung statt Symptomunterdrückung. Eines unserer Alleinstellungsmerkmale ist, dass BioCanovia Franchise-Partner ein professionelles Gesundheitskonzept zur Verfügung gestellt bekommen. Wir bieten umfassende Unterstützung beim Unternehmensaufbau und während des laufenden Betriebs, sowie faire Gestaltung der Franchise-Verträge für eine solide Basis einer zukunftsorientierten Zusammenarbeit. Wir unterstützen bei der Standortsuche, sowie geben Tools für den Aufbau und den Betrieb des Zentrums, sowie der laufenden Shops. Dafür sind keine medizinischen Vorkenntnisse notwendig, da alle Prozesse und Expertisen systematisiert ausgelagert werden. Unsere zukünftigen Partner können sich auf eine umfassende Ausbildung zum zertifizierten BioCanovia Mikronährstoff-Experten freuen. Unser gesamtes Experten-Team aus Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Marketing unterstützt in allen Belangen. BioCanovia setzt auf ein umfassendes Partner-Marketing-Programm, bei dem jeder Franchise-Partner Zugang zu sämtlichen Marketing-Materialien und Kampagnen bekommt. Ganz einfach und unkompliziert über unser Online-Markenportal. Neben Informationsmaterial wie Broschüren, Erklärvideos und Produktfotos, finden sich hier auch sämtliche offene Vorlagen für Google Display und Social Media Kampagnen, sowie unsere Pressetexte und viele weitere marketingrelevante Inhalte. Ebenfalls bieten wir konzipierte Standortmodelle mit schlüsselfertigen Ladenbaukonzepten, sowie ein innovatives Labordiagnostik-System. Gemeinsam mit unserer Marketingabteilung erarbeiten wir auf Basis etablierter und hochperformanter Online- und Offline-Marketing-Kampagnen individuelle Lösungen zur Steigerung des Verkaufserfolgs für jeden Partner und dessen Region. Darüber hinaus profitieren Sie als Franchise-Nehmer natürlich von unserer überregionalen Bio-Canovea-Image-Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit. Wir weisen ebenfalls einen erfolgreichen systemeigenen Vertrieb vor mit hoher Kundenzufriedenheit. Hallo, mein Name ist Georg. Ich bin Bio-Canovea-Franchise-Nehmer seit einem Jahr für das Gebiet Österreich. Als erster Bio-Canovea-Franchise-Nehmer kann ich mit Freude sagen, dass unsere Planzahlen bei Weitem übertroffen wurden. Ich habe mir nicht erwartet, dass das Feedback vom Handel so derart positiv ist. Mein Team und ich, wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zukunft. Ich bin Bio-Canovea-Franchise-Nehmer.